Wenn du das hören kannst, bist du einer von uns. Wenn du einer von uns bist, kannst du uns finden. Im Film geht es um Kinder mit außergewöhnlichen Kräften. Sie werden in Camps gebracht und von der Gesellschaft abgeschottet. Die Leute haben Angst vor ihnen. Allen Kindern wird einer ihrer jeweiligen Störungen entsprechende Farbe zugeordnet. Chubbs gehört zu den Grünen. Er ist ein Wunderkind. Er spricht viele Sprachen. Ich komme mit allen Karten zurecht. Und mit theoretischer Physik. Denkst du etwa, ich trage diese Flaschenbodenbrille nur zum Spaß? Es geht um Jugendliche, die die Mächtigen bekämpfen. The Darkest Minds. Die Überlebenden. Ab 16. August im Kino. Das Wunderungs. SPR謝謝 Hero Dam. Sädey. Sprecher Hostage- Sprecher Hostage.